Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von PKXD, diesmal zusammen mit Gaming Ghost. Hallo Gaming Ghost! Ja, hallo Ivo! Du spielst ja heute zum ersten Mal PKXD. Ja, ich habe keine Ahnung von PKXD. Okay, einmal erstens... Kannst du mir mal erklären, was das hier alles bedeutet? Ich erkläre dir heute alles. Ich gebe dir erstmal ein Like bei deinem Haus. Oh, danke. Welches Haus? Juhu! Okay, also komm mal rein. Du hast hier ein Haus? Ja, ich habe Geld bekommen. Warte mal kurz. Ich weiß, als Belohnung. Ja, ich komm rein. Also, hier kannst du Sachen einrichten, indem du so links auf so einen Knopf drückst. Ja, da ist so ein Haus drauf. Hast du wahrscheinlich schon bei mir gesehen. Da habe ich jetzt auch so draufgekommen. Bloß jetzt wurde ich rausgeschmissen aus deinem Haus, weil du bearbeitest. Ach so, ich mach mal was rein. Aber du kannst ja jederzeit was bearbeiten. Die Sachen kosten noch Münzen am Anfang. Okay. Also du musst erstmal ein bisschen was verdienen und da helfe ich dir gleich dabei. Genau, ich habe aber schon was reingestellt. Ja, also dann geh wieder aus deinem Haus raus. Ja. Ich wollte nur kurz mein Sofa platzieren. Okay. Ja. Lässt du mich das gerade noch machen? Ja. So. Okay. Ja. Dann hast du da oben links so einen Pfeil, dann kannst du wieder raus. Da komme ich wieder raus. Jetzt ist aber mein Sofa nicht da. Ja, weil das wahrscheinlich nicht gelöscht ist. Ist das im Inventar geblieben oder was? Okay. Jetzt bist du wieder da. Also jetzt folge mir mal. Guck dir mal mein Haus an. Du hast vor allem so schicke Sachen an. Wo hast du die her? Diamanten, Münzen. Uiuiui. Du hast ordentlich ausgegeben. Wie heißt die, wie heißt das hier die Währung? Nicht Robux, sondern wie heißt das hier? Einfach Münzen. Einfach Münzen. Guck, gib hier mal ein Like. Das ist dein Haus. Gib hier mal ein Like. Cool. Ich habe 400 Likes. Wie kann ich das machen? Einfach auf diesen Daumen hoch da klicken. Auf den Daumen hoch. Hier. Ah, gut. Und jetzt habe ich einen Like. Also jetzt folge mir mal. Ja. Geh mal auf dein Handy und dann siehst du da so einen Roboter. Da sehe ich einen Roboter, ja. Und da teleportierst du dich hin. Ah, da bin ich jetzt. Also jetzt folge mir. Ja. So, dann musst du hier hochfahren. Ja. Und jetzt hier in diesen großen Roboter rein. Okay. Ah, Kate. Okay. Und ich bin da. Mhm. Hier warte ich jetzt schon auf dich. Hallo. Hey. Also, jetzt komm mal hier rein. Warte mal, ich will da auch drauf. Geht das? Nein, Hilfe. Bei mir geht das nicht. Doch, ich komme auch hoch. Ja, aber das Spiel beginnt gleich. Komm mal runter. Wo bist du? In dieses Teil da rein. Da muss ich rein. Okay. Oh, jetzt sind wir gegeneinander. Machen wir ein Rennen. Ach Gott. Das kannst du natürlich besser als ich. Nein, ich benutze aber mein Ding nicht. Meine Rüstung. Ja, trotzdem. Und los, komm. Was muss ich denn machen? Du musst hier immer so ein richtiges Tor finden. Weiß es nicht. Es sind mehrere richtig. Die, die brechen. Hier, ich bin durchgekommen. Okay, dann musst du durchs Wasser springen. Und jetzt schwimme ich. Und bam. Okay. Okay, und dann wieder durchschwimmen. Oh ja, ich habe den richtigen. Super, dann kann ich den ja auch gleich nehmen. Ja. Komm ich gleich durch. Nein, nein. Jawohl. Was ist jetzt hier? Hier komme ich nicht raus. Da musst du über diese grünen Dinger springen. Ah, hier. Wo bist denn du? Ach, da. Ich bin hier unten, ja. Soll ich mal richtig auf den Pro machen? Dann bin ich direkt durch. Okay, das mache ich mal. So, ich gehe jetzt mal da durch. Du hast gleich keine Ahnung mehr, wo ich bin, weil ich meine Pro-Tricks nehme. Du hast auch gleich keine Ahnung mehr, wo ich bin, weil ich hier irgendwo unten in den Katakomben verschwunden bin. Super. Ja. Okay, ich bin schon im Labyrinth jetzt hier. Wartest du mal auf mich? Ich bin aber gleich durch. Nee, du willst ja schneller sein, ne? Ja, ja. Ich kann auch einfach da drauf. Dann bin ich gleich durch. Komm ich da nicht drauf? Nein, da kann man nicht vorbei. Ach so, schade. Eine unsichtbare Wand. Und Ivo ist im Ziel. Okay. Wie bist du da jetzt durchgekommen? Muss ich da jetzt hinter? Hier? Okay. Labyrinth, Labyrinth. Ja, genau. Hat er auch ein paar Hinterrasse. Spannend. Hindernisse. Spannend. Kommt da irgendwas, was mich erschrecken könnte? Nein. Ja. Nee, tut's nicht. Nee? Ich guck mal kurz. Hier ist was. Ei, ei, ei. Da sind Hindernisse. Da muss ich aber durch. Wumm. So. Ich lass mich da einfach durchziehen. Das geht. Hier muss ich durch, da muss ich durch und da bin ich schon oben. Ja, okay. Ich hab mich mal kurz umgezogen. Okay. Jetzt hab ich andere Kräfte. Siehst du mich hier schon rumfliegen? Nein. Was bist du denn? Hallo. Da bist du. Bist du ne Biene? Ich kann fliegen. Was ist denn das? Aha, Crazy Run hab ich eingesammelt. Ah, cool. Ja, jetzt hast du Münzen bekommen. Aha. Und guck mal. Und ich hab noch solche Tickets gekriegt. Ja, mit dieser Rüstung kann man fliegen. Ja, ich find mal hier rein. Jetzt bin ich weg. Jetzt bist du wieder zurück. Ach so. Und jetzt komm mal mit. Das ist ziemlich cool hier. Aha. Wenn du hier reingehst. Ja. Dann geh mal in die Gun Arena. Ja. Die Welt ist nicht länger privat. Triff neue Leute. Viel Spaß. Ah ja. Okay. Okay, jetzt treff ich neue Leute. Ja. Spielen. So, was hab ich jetzt? Jetzt hab ich irgend so ne Laser Gun. Und hab Leben. Wo bist du? Bin ich überhaupt da auf deinem Server? Womit schießt man? Ich besuch dich kurz. Ähm, du musst an... Du schießt automatisch. Ach so. Du musst nur rechts gedrückt halten. Und zwar auf andere Spieler. Und wenn du angeschossen bist, verlierst du Leben. Aha. Okay, ich spiel jetzt. Ich bin im Spiel. Okay. Ich bin auch in deinem Spiel. Du bist in meiner Runde. Ha! Ich hab dich schon erwischt, oder? Nein, hast du nicht. Sicher nicht? Gar nicht gesehen. Da hinten bist du. Bam. 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 Du wirst angehittet. Du auch. Du Kuh. Ich bin hier irgendwo... Wieso Kuh? Nein, das ist der andere. Ach so. Die hat sich als Kuh verkleidet. Ich hab mich schon gewundert. Ich komm hier nicht mehr raus. Haha, ich hab jemanden umgeschossen. Ich bin hier unten drin und komm nicht mehr raus. Was mach ich denn jetzt? Bist du überhaupt in meiner Runde? Ich bin hier irgendwo unter Wasser. Und komme nicht mehr raus aus dem Wasser. Aus dem Wasser? Du bist unter Wasser? Ja. Ah, da bist du doch! Gaming Girls, du bist tot! Hast du dich als Diener verkleidet? Nein. Ich hab dich grad abgeknallt. Dann hat mich ne Diener grad abgeknallt. Ich hab dich grad abge... Nein, ich! Was ist denn das hier? Das ist ja cool. Panzerrüstung. Wenn ich mir die miete, kann ich die anziehen? Ja, aber dann tu's nicht. Aber das mach ich nicht. Nee. Nee, kostet... Das kostet von diesen... Ja. Das kostet von diesen Jewels da. Warte mal. Ich hol mir schnell was. Jawohl. Ich hab jetzt ne Rüstung an. Damit bin ich unschlagbar. Weil ich direkt Leben regeneriere. Das ist die beste Rüstung, die es gibt. Da kriegst du direkt Leben hinzugefügt. Da kann ich nicht sterben mit dieser Rüstung. Die kann ich jetzt mal abknallen hier. Wo bist denn du? Ja, jetzt hab ich sie abgeschossen. Wo bist denn du? Weck. Weißt du, dass du keine Chance hast? Weil ich direkt Leben wiederkrieg mit dieser Rüstung. Achso. Aber ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich muss dich mal suchen. Oh, hier ist ne Dina. Ja, die hat mich gerade abgeknallt. Ich hab sie abgeknallt. Aber die Leute kommen ja dann wieder. Oha, da oben bist du! Hallo! Wow! Ich bin hier! Ja. Ah, ich werd abgeknallt! Ich werd halt direkt gehealt. Hier unten bin ich. Hast du mich schon gesehen? Hier unten bin ich. Ich hab jetzt gerade jemand... Bam, du bist abgeknallt! Von Evo! Ja, ich hab dich! Ich hab dich aber auch im Visier. Ich hab dich aber, ich hab dich! Du hast mich erwischt. Ja, aber ich bin wieder aufgestanden. Hier ist irgend so ein Sonic und jetzt hat der Hattenhasen dabei. Der Sonic. So, ich mag jetzt nicht mehr. Können wir was anderes machen? Gleich! Willst du nicht hier noch ein bisschen weitermachen? Nee. Ich möchte eigentlich mal wieder was anderes sehen, was es noch so gibt. Ja. Los. Die Runde muss ja aber erst zu Ende gehen. Wir müssen die Runde noch fertig machen. Siehst du... Wie lang geht denn die Runde? Ähm, ne Minute noch? Oh! Mich hat jetzt jemand abgekleilt. Ja, ich bin Platz 1 vom ganzen Server mit 8 Kills. Oh, jetzt ist mir schwindelig. Ich hab aber immer noch 5 Leben, komischerweise. Ich hab 8 Kills und bin damit Platz 1 auf dem Server. Bam. Bam. Ich knall direkt mal Burrito ab. Ah, ich werd direkt ange... Ich werd die ganze Zeit angeschossen. Bam. Bam. Hab sie. Runde beendet. Okay, dann geh auf diese Tür links. Ja. Und quit. Und quit. Okay. PKX die Masterplayer hat gewonnen und Gaming Ghost ist Zweiter. Ja. Nee, du warst nicht Zweiter. Doch, ich war Zweiter. Nein. Ich war Zweiter. Auf meiner Liste war ich Zweiter. Du hast nicht abgeholte Belohnung. Die hol ich mir gerade mal. Jetzt hab ich ein bisschen mehr Geld. Was? Hast du irgendeine Challenge? Besuch die Tierhandlung und sprich mit dem Roboter hinter der Ladentheke. Ja, dann mach das mal. Weil dann kannst du so eine Tasche freischalten. Ja, dann bekomm ich nämlich was. Das mach ich jetzt, okay? Ja, dann mach mal. Wie mach ich das? Geh wieder oben links. Ach, da. Oder so. Also, ich bin auf deinem Server. Ich führ dich hin. Nee, musst du nicht, weil ich... Du weißt doch gar nicht, wo es ist. Doch, weil die Pfeile mir sagen, wo ich hin muss. Okay. Dann warte ich dort schon auf dich. Ja, komm mal zu dem Roboter in dem Tierhandlungs-Dingsbombs. Okay, ich bin aber vor dir da. Das weißt du. Das mag sein. Ich muss wahrscheinlich da hoch. Ja, da musst du hoch. Da bist du komplett richtig. Da war gerade ein PKXD-Masterplay an mir vorbeigelaufen. Ja, und zwar ist das die... Guck mal, ich bin viel schneller als du, weil ich eine Rüstung habe. Damit kannst du ganz schnell rennen. Ja. Hallo? Ja. Siehst du mich? Ja, natürlich. Okay, dann komm mal mit. Ich hab dich schon gesehen. So, hier ist das. Komm rein. Okay, hier ist das Ziel. Das ist die Tierhandlung. Und hier sprich mit dem Roboter. Das ist ja innen viel größer. Klick einfach durch. Klick durch. Ein Tierpod bekomme ich. Klick einfach durch. Lass mich doch mal kurz lesen. Ein neuer Tierpod. Jetzt muss ich da draufklicken. Okay. Und jetzt musst du den ausbrüten. Und jetzt muss ich das ausbrüten. Da kommt wahrscheinlich ein Hase raus, oder? Ja, und jetzt musst du ihn ausbrüten lassen. Das dauert zwölf Stunden. Okay. Also, das heißt, jetzt geh ich wieder einfach zurück. Okay, jetzt geh wieder auf die Uhr da. Links. Ich hab jetzt hier was bekommen. Und jetzt sammelst du die? Genau. Und jetzt, wenn du das hast, fehlt dir ja nur noch eine Quest. Und zwar platziere in deinem Haus fünf Möbelstücke. Dann mach das mal. Das mach ich jetzt. Okay. So, jetzt muss ich in mein Haus. Kann ich mich irgendwie zurückspawnen, oder sowas? Nee, kannst du nicht. Muss ich laufen. Du musst jetzt auf dein Handy gehen. Ja. Und dann auf Haus, auf dieses Haus-Symbol. Auf das Haus-Symbol. Ah, jetzt bin ich schon da. Da steht eine Kuh. Da steht eine Kuh vor meinem Haus. Wo? So, Möbelstücke platzieren. Ich hatte ja schon was gekauft gehabt. Wo ist denn das? Eine Frage. Möchtest du in der ganzen Welt bekannt sein? Eigentlich nicht. Ich bin schon. Eigentlich. Ähm, ich muss nicht in der ganzen Welt bekannt sein. Nein, in der ganzen PKXD-Welt. Schmeiß mich bitte noch nicht raus. Warte noch. Wir machen jetzt ein Bild. Warte mal kurz, bitte. Ich muss... Mach ein Kreuz oben rechts, wenn dieses Inventar kommt. Das ist bei mir auch... Okay. Also, jetzt mach ich mal ein Bild mit dir. Ja. Stell dich mal hier so neben mich. Dreh dich mal um. Ja, warte mal kurz. Okay. Ey. So kann ich nichts machen. Ja, dann musst du einfach... Warte, dann komm ich. Warte. Komm du doch neben mich. Ich weiß nicht so richtig, wie du stehst. Okay. Jetzt stell ich mich hier. Ja. Ja, das ist doch gut. Warte. Ich muss mich richtig hinstellen. Ja. Das ist gar nicht so einfach, ne? Okay. Und jetzt kommt das tolle Bild. Selfie. Und man sieht dein Bild und... Ähm, dein Name und meinen Namen. Ach, das ist doch schön. Genau, ein Bild. Das Bild habe ich gemacht. Ja. Und jetzt poste ich das. Wo postest du das jetzt? In der Feed-App. Im Handy. Ach so. Da können Leute reingucken und... Ja. Ich habe schon 51 Follower. Was? So viele? Ja. Das ist ja toll. Hier habe ich ein Bild hochgeladen. Gestern. Vor 15 Tagen. Vor 15 Tagen. Vor einer Woche. Ja. Vor zwei Wochen. Vor drei... Äh, vor zwei Wochen. Vor sieben Wochen. Vor sieben Wochen. Vor sieben Wochen. Vor acht Wochen. Ja. Vor acht Wochen. Vor acht Wochen. Oh, vor acht Wochen war noch dieses Schwerkraft-Event. Sag mal, kannst du mir mal bitte helfen und mir sagen, wie ich Möbel bekomme? Mein L... Zeige ich dir gleich. Mein ältestes Bild... Mein ältestes Bild ist... Mal gucken. Da habe ich dann PKXD angefangen. Mein ältestes Bild war vor zwei Jahren. Das war mein erstes Bild. Ja. Und zwar war das am Weihnachts-Event. Ich schicke dir mal ein Bild. Ja. Da hieß ich noch ganz anders. Da hieß ich noch Yviel. Yviel? Das habe ich mich mal genannt. Ach gut. Also siehst du das Bild? Das habe ich vor zwei Jahren hochgeladen. Ja. Da habe ich mit PKXD angefangen. Vor zwei Jahren? Ja. Wahnsinn. Genau. Ich habe es schon rausgefunden übrigens. Ich habe es selber schon rausgefunden. Dann baue man ein paar Sachen rein. Ja. Einfach nur so. Du brauchst fünf Möbelstücke. Genau. Die musst du dann auf den Einkaufswagen... Moment. Das hatte ich doch gerade schon... Auf den Einkaufswagen musst du drücken dann. Ach so. Nicht auf... Ich hatte jetzt gerade Sofas und Sessel und da hatte ich was Schönes gefunden. Dann sehen wir uns mal gleich wieder, wenn du das gemacht hast. Alles klar. Bis gleich. Hallo Gaming Go. Ja. Ich habe mir was gekauft. Ja. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie ein bisschen schöner hinstellen. Wie kann ich das machen? Weißt du das? Hast du jetzt die Quest abgeschlossen? Ja. Dann geh mal auf deine Uhr. Da muss ich mal drauf gehen. Sammeln. Jawohl. Habe ich gemacht. Fünf Möbelstücke. Wie viel hast du bekommen? Äh 15 solche Juwelen. Okay. Und jetzt sammel deine Tasche ein. Habe ich eine Tasche gekriegt? Ah. Jetzt kriegst du eine Kiste. Ah. Jetzt kriege ich eine Kiste und da ist eine Tasche drin. Und jetzt... Okay. Und jetzt auf zurück. Und jetzt geh mal auf dein Handy. Jetzt gehe ich auf mein Handy. Und dann zieh dich mal ein bisschen an. Ich laufe mal ein Stück da raus. Mit Tab kannst du dein Handy auch öffnen. Dadurch kann ich mein Handy auch öffnen. Und dann auf das Ein-Umziehen-Ding oben links. Ganz oben links. Das hier? Ja. Und jetzt geh runter. Ganz runter. Ja. Zu Accessoires oder was? Nee. Ganz runter. Komplett ganz runter. Und dann auf Rucksäcke. Und da gehst du dann auf die Tasche. Und da habe ich jetzt diese Tasche bekommen. Und dann geh wieder auf das Ding. Und dann sag ich dieses Outfit speichern. Und jetzt geh oben links wieder zurück. Und ich habe eine Tasche. Ah, cool. Das ist sie, ja. Toll. Soll ich dir was zeigen? Ja. Wenn ich meine Rüstung mal weg mache. Ich zeige dir mal, wie ich ohne Rüstung aussehe. Das hast du ja bisher noch gar nicht gesehen, oder? Hast du bisher schon gesehen, wie ich ohne Rüstung aussehe? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Und da hatte ich mir eine Glatze gemacht. Aber die habe ich jetzt nicht mehr. Sag mal, wie kann ich denn die Möbel hier umstellen? Ich würde gerne die Möbel umstellen. Ja, ich... Das können wir doch wann anders dann machen in der nächsten Folge, oder? Das stimmt. Das können wir auch machen. Warte, ich ziehe mich mal schnell ein bisschen um. So, ich ziehe mal... Ey, du hast mich schon wieder rausgekickt aus deinem Haus. Was soll das? Weil ich doch jetzt nicht warten konnte und das Sofa umstellen musste. Es tut mir so leid. Warte halt mal ab. So, ich ziehe mich gerade extra um. So. Okay. Okay, so. Jetzt steht es dafür richtig. Jetzt kann man sich da reinsetzen. Wolltest du noch mal reinkommen? Gleich. Ich komme erst mal nach draußen. Ich komme nach draußen zu dir, ja. Kann ich selber mich liken? Nein, kann ich nicht. Nein, kann man nicht. Was ist denn das hier? Ach, das ist das Ei, was ich ausbrüte, oder? Hier, so. So habe ich mich jetzt umgezogen. Warte, noch nicht gucken. Noch nicht gucken. Ich gucke noch nicht. Ich sehe gar nichts. Hier kann man noch ein zweites Haus bauen. So, jetzt bin ich da. Oh, hallo. Oh. Guck mal, ich hinterlasse sogar so Spuren mit meinen Schuhen. Ja, das ist ja voll. Die sind von dem Event. Bei dir hast du Kanzas. Guck mal meine Kopfhörer und so an. Ja. Schick. Für diese Kopfhörer musst du 250 solcher Türen in diesem Crazy Realm zerbrechen. Was? So 200 Türen da durchkommen. 250 Türen. Klar. Dazu schaltest du die frei. Und die kosten dann nochmal ganz viele Münzen. Toll. Also Leute, ich würde aber erstmal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und lag da. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Haut rein. Ciao.